Das mobile Studio macht seinem Namen alle Ehre. Wir sind an einem neuen Ort und das, weil wir herausgefunden haben, dass der Erlacherhof so wie ein Museum ist. Wir haben ganz viele Kunst und wir haben die Kunst gesucht, die Nina Zimmer, der Direktorin des Kunstmuseums in Bern und vom Zentrum Paul Klee, ihr gefällt und wir sind hier im Sitzungszimmer gelandet. Warum, Nina, hier? Zwei wunderbare Arbeiten und hier sehen wir im Hintergrund von Markus Rätz ein Objekt aus seiner Popart-Phase. Markus Rätz ist einer der ganz wunderbaren Berner Künstler, leider 2020 verstorben. Wir haben auch Arbeiten von ihm in der Sammlung und planen auch eine grosse Ausstellung. Wenn man hier rumläuft, du hast jetzt die Popart von Rätz, aber wenn man hier rumläuft, ist es eher altbarock vom Stil her? Also der Bau an sich ist auch ein Kunstwerk, eine ganz einmalige architektonische Anlage. Die Ausstattung ist ein bisschen typisch für die Zeit in der Malerei, manchmal ein bisschen regional. Aber das Tolle ist die Mischung und die Lebendigkeit, wenn man heute durchgeht. Es ist 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert haben wir gesehen, bis zum 20. Jahrhundert. Und genau so soll ja ein Erlacher Hof sein. Er soll belebt sein, das ist ja heute in ganz intensiver Weise. Heute sind wir sehr belebend. Ich versuche auch digitale, vielleicht nicht gerade Kunst zu produzieren, aber immerhin etwas für die Nachwelt, wenn wir hier hinterlassen. Und zwar geht es eben um Digitalität und den digitalen Wandel, wo ja auch in der Kunst immer wieder ein Thema ist. Wir versuchen auch für junge Leute das Museum immer wieder zu modernisieren, das Kunstmuseum oder eben das Zentrum Paul Klee. Und trotzdem ist ja die Grundfrage, die man sich immer wieder stellt, Kunst ist ja analog. Man will sie ja anschauen. Bist du dort in einem Clinch zwischen digitaler Ausstellung und normaler Besucherinnen und normaler Besucher? Also wir müssen natürlich immer wieder die Balance finden, was wir wie machen. Museen sind genauso untrennbar Teil der Gesellschaft und deswegen automatisch mit allen Trends verbunden, die die Gesamtgesellschaft hat. Wir sind ein Teil davon. Das heißt, auf allen Ebenen sind wir mit Digitalität konfrontiert. Und es ist auch die Kunst selber, die digital wird. Es gibt digitale Kunstwerke. Es gibt aber vor allen Dingen einen Anspruch, wie ich mich informieren kann über Angebote, wie ich interagieren kann mit den Häusern, wie ich Antworten kriege, wie ich einen Dialog finden kann. Und was ja gekommen ist mit der Digitalisierung ist eine andere Sprache und eine andere Art von, wie wir miteinander in Austausch treten. Und das ist uns wichtig, dass wir als öffentliche Häuser vor allen Dingen es schaffen, überall die richtigen Angebote zu machen, dass wir ansprechbar sind, dass wir da sind für die ganz verschiedenen Teile der Bevölkerung. Und da haben wir viel dazu gelernt, auch während der Pandemie, wo wir einfach gezwungen waren zu experimentieren. Und vieles haben wir gelernt. Wir haben aber auch gelernt, was uns ganz besonders macht. Und das ist halt auch die Begegnung mit dem Original und dass man sich Mensch und Mensch vor dem Kunstwerk in einem Raum befindet. Das ist schon eine besondere Qualität, aber es muss zusammenkommen. Also geht es auch um eine neue Art von Konnektivität, wenn ich die richtig verstehe, wo man dadurch auch den Markt oder die Interessenten für Kunst und die Ausstellungsobjekte, die ihr habt, noch etwas vergrössern kann? Oder vielleicht eben Leute ansprechen, die vorher gar nichts mit Kunst am Hut hatten? Also ich glaube, was man einfach heute nicht mehr haben will, ist ein paar Experten, die in ihrem Elfenbeinturm sitzen und auf den Informationen und dem Wissen sitzen, das Horten. Und dann tropft mal was nach unten durch und dann darf man unten als Besucher mal andächtig was lernen, was sie fallen lassen. Also was wir heute als Haltung brauchen, ist ein immer gemeinsames Lernen und über das Wissen, was auch die Besucherinnen und Besucher durch Fragen zu uns bringen, lernen wir genauso weiter wie unsere Expertinnen und Experten, die natürlich auch fürs Publikum da sind, Fragen zu beantworten. Und ich glaube, die Grundhaltung muss heute sein, Dialog. Wir sind zum Teil auch Plattform. Also ich glaube, diese Idee von Plattform, die ja auch eine digitale Idee ist, die hilft uns auch in der Haltung und im Selbstverständnis einfach zu sehen, wir sind für die Leute da. Und das versuchen wir sozusagen auf allen Ebenen und durch alle unsere Angebote strömen zu lassen, damit eben das Flair, was Kunst besonders macht, dass das eben nicht nur für Paar ist, sondern dass wir es möglichst teilen und diese Bereicherung, die das bringt, eine für viele ist. Also das heisst eigentlich, der digitale Weg ist nicht nur auf Kunst beschränkt, wenn ich das gut rausgehöre, aber trotzdem ist ja Kunst unmöglich digital. Du hast es vorhin gesagt, es gibt digitale Kunstinstallationen. Vielleicht kannst du es mal als Beispiel nennen von so einer? Also es gibt Werke, die einfach nur in digitaler Form konzipiert werden. Also es gibt eins der allerersten Kunstwerke, was je digital in eine Sammlung aufgenommen wurde. Da habe ich damals als Assistentin noch mitgeholfen beim Douglas Davis. Das war damals unmöglich. Wie kann man es überhaupt inventarisieren? Man kann ja gar kein Schildchen auf die Rückseite kleben mit der Inventarnummer. Was ist das überhaupt für ein Material? Was schreibt man beim Maßen rein? Das war ein ganz, ganz langer Satz, wo immer neue Leute kollektiv Wörter ergänzt haben. Vielleicht heutzutage rückblickend auch eine primitive Form von digitalem Kunstwerk. Das wird natürlich komplizierter. Aber es stellt uns natürlich für ganz, ganz neue Herausforderungen. Aber das ist wie nur ein Bereich. Und im Museum, wir sind ja vor allen Dingen auch mit unseren bestehenden Sammlungen ab dem Mittelalter gefordert, die auch digital zugänglich zu machen. Und das heißt nicht nur die Abbildung davon. Also wir probieren natürlich unsere Inhalte auch zu digitalisieren. Das ist immer sehr kostenintensiv, sehr langwierig, braucht viele Prozesse. Es geht aber nicht nur um überall jetzt digitale Kopien zu ziehen, sondern mir ist der nächste Schritt danach eigentlich genauso wichtig. Wie bereiten wir das in Angeboten auf, dass man damit interagieren kann, dass es Angebote gibt für die Vermittlung, für die Information, dass man auch mit Lust und Freude sich auseinandersetzt, dass man nicht nur irgendeine Datenbank hat, wo man dann irgendwann mal eine Suchmaske dazu bekommt. Und da sind wir in beiden Häusern noch sehr gefordert, grosse Investitionen in das zu machen und mit sehr vielen klugen Köpfen und Ideen die richtigen Arten von Angeboten und Zugängen zu entwickeln. Und spielerisch zu entwickeln, auch immer weiter so zu entwickeln, dass sie Spass machen. Genau, und eigentlich alle Ansprechgruppen abzudecken oder die Wissenschaft auf der einen Seite, die auch digital arbeiten können können. Das war sicher auch jetzt in der Pandemie ein grosser Schub. Und auch die, die einfach Interesse daran haben. Und jetzt, wenn du das erklären kannst, wie man so wirklich so wertvolle Werke digitalisieren, wie passiert das überhaupt? Kommt darauf an, welches Medium sie haben und welche Größe. Am einfachsten, kann man sich vorstellen, ist es flach und klein. Dann ist es gar nicht so groß anders, wie wenn wir was scannen. Nur, dass man da Scanner hat, die von oben scannen, dass man nicht die Werke auch noch umdrehen muss oder quasi mit der bemalten Seite aufs Glas legen muss, sondern dass sie frei liegen können und bei Büchern so, dass man eben aufschlagen kann und das eben möglichst wenig das Original beeinträchtigt, ist klar. Schwieriger wird es bei 3D-Objekten. Bei der aktuellen Meret-Oppenheim-Ausstellung, die wir im Kunstmuseum haben, haben wir ein Digitalprojekt von einem Sponsor, von der Helvetia, finanziert bekommen. Und die haben uns geholfen, einen super Cutting-Edge-3D-Scanner für ein paar Monate nach Bern auszuleiten und aufzubauen. Das ist eine Scan-Straße. Also da braucht man einen ganzen Raum, um das aufzubauen und auch spezielle Bedienung. Da mussten die Techniker mitkommen mit der Maschine. Und dann kann man Werke, und das kann man auch, wir zeigen es in der Ausstellung auch mit, wie diese Daten dann aussehen und was die dann ermöglichen. Das heißt, man kann komplexe Skulpturen, wie dieses Objekt von Markus Retz, was ja auch dreidimensional ist, das kann man dann so einscannen in allen Dimensionen, dass man es digital komplett drehen kann. Dann könnten wir quasi beim Digitalisat jetzt auf der Rückseite schauen, hat er da vielleicht, ist es bemalt oder nicht. Gibt es da noch Informationen, wie sieht es vor unten aus, ohne dass wir uns jetzt da hinknien müssen. Und kann dann mit dem digitalen Twin auch noch ganz andere Tools entwickeln für die digitale Vermittlung. Das ist gerade ein sehr spannendes Beispiel. Ich stelle mir vor, ich bin jetzt im Museum, ich komme jetzt hier zum Retz, schaue das an und dann hätte ich hier ein Touchscreen oder so zum Beispiel, wo ich kann schauen, wenn es da hinten dran ist, im Gamer würde man sagen, Easter Egg wäre, dann könnte man es drehen und dann hättest du das, ohne dass du die Kunst irgendwie riskieren, dass sie kaputt geht. Ganz genau. Also das kann man aktuell ausprobieren an dem Touchscreen, der in der Ausstellung installiert ist und dann kann man mal schauen. Die originale Skulptur steht daneben und da hat man natürlich einen ganz anderen Abstand, eine ganz andere Ehrfurcht ist unter der Plexihaube. Und mit so Experimenten wollen wir auch schauen, was ist dann möglich, was können wir aufzeigen und wir müssen immer genau überlegen, wo investieren wir rein. Also das sind begrenzte Mittel im Kulturbereich, muss es immer knapp sein und deswegen können wir oft nicht einfach jeden Trend mal einfach mitmachen, weil es ein Trend ist, sondern wir müssen schauen, wo sind die nachhaltigen Trends, wo wir investieren, wo auch die nächste, übernächste Generation von profitieren kann. Wie ist das dann so, wenn du durch deine Häuser laufst und dann vielleicht auch jüngere Generationen siehst, jünger als ich noch, wo die Werke anschauen, viele Schulen, die kommen, ist das wie so ein Zugangspforte, das digitale, das vielleicht 3D-haptische, wo du merkst, ah, das ist ein Weg, wo sich junge sich interessieren für Kunst. Also ich glaube inzwischen ist es so, auch nicht mehr nur die Jungen, mit denen fing es an, aber inzwischen sehe ich das fast durch alle Altersgruppen, dass die Leute sich leichter tun, oft etwas anzuschauen, wenn sie es schon durch ihre Smartphone-Kamera anschauen, dann ist es schon wie im gewohnteren Format und sie haben, wie das Gefühl, sie haben schon interagiert mit einem Objekt, wenn sie es fotografiert haben. Ich bin sehr froh, dass wir das jetzt haben erlauben können, dass wir in der Regel eigentlich alles fotografierbar haben. Und dieser Zugriff, dass man auch das Gefühl hat, erst dann habe ich es wirklich für mich erfasst, wenn ich ein Foto habe machen können, ich kann es später nochmal ein bisschen durchscrollen und so. Also das ist sehr wichtig geworden. Umgekehrt gibt es natürlich auch dazu genau das Gegenteilige, dass ich jetzt merke, Skulpturen sind wahnsinnig viel besonderer jetzt und die Leute schätzen es extrem. In der aktuellen Max-Bill-Ausstellung im Zentrum Paul Klee, das sind ganz viele dreidimensionale Objekte. Und unser ganzer Alltag ist flach. Wir sind vor flachen Screens, wir schreiben auf flaches Papier, sind in Meetings, und dass wir überhaupt mal räumlich sehen und denken dürfen, da geht so richtig was auf, merkt man. Und ich sehe gerade bei einer jüngeren Generation, auch bei einer jüngeren Generation von Künstlerinnen und Künstlern, dass das fast im Moment das attraktivste ist, das wirklich in Raum reinschaffen, weil das wie ein unausgekosteter Geschmack im Moment ist. Also 3D als neuer Trend, das ist auch Technologie sicher, es gibt ja 3D-Printer. Ist das etwas, was ihr damit arbeitet? Oder ist das etwas, wo Künstlerinnen und Künstler damit arbeiten? Ganz klar, ja. Also es sind 3D-Printer, das jetzt gerade im Bereich zeitgenössische Kunst, ist, na klar, das ist ein neues Tool. Und die ganzen Kunstschulen haben natürlich sowas. Und jetzt muss man schauen, für uns ist es natürlich immer, wie dieser Kleber, der da benutzt wird, und das Material, das natürlich gedacht zum Einmal ausdrucken für eine Präsentation oder so, hält es jetzt genauso gut wie ein Ölgemälde von Jan van Eyck, wo die Ölfarbe so nach 500, 600 Jahren noch tiptop ist? Oder sind da irgendwelche Kleber drin, Substanzen, die vielleicht in drei Jahren gelb werden und sich dann auflösen? Also wir erleben im Moment sehr viel von den neuen Materialien der 70er und 80er Jahre, die enorme Probleme in der Restaurierung bringen, weil die natürlich nie long-term getestet worden sind. Und das sind so die Schweißperlen in unserer Restaurierungsabteilung. Wenn ich vorschlage, so ein Material anzukaufen, weil das jetzt ein aktuelles, interessantes Kunstwerk wäre, es gibt schlicht keine Studien dazu, weil es die Materialien zum Teil noch gar nicht gibt. Und wir, Museum, ist immer ein Versprechen auf Ewigkeit. Und das wollen wir geben. Das ist unsere Geschäftsgrundlage. Das geht ins Museum. Ich schenke das Werk oder ich finanziere das Werk, ein Sponsor oder ein Mäzen, weiß, dass Versprechen gibt. Das heißt, wir müssen auch liefern können auf das Versprechen. Und das ist eine Herausforderung. Aber das ist sozusagen genauso Teil von zeitgenössischer Gesellschaft wie unser Publikum. Und wir müssen uns dem stellen. Wir müssen Lösungen finden. Eine wahnsinnig spannende, ich glaube, auch so eine schwierige Situation. So ein Spagat zwischen dem Modernen und dem Erhalten, wo die Digitalisierung auch drin spielt. Wirklich sehr, sehr spannend mit dir zu sprechen, Nina. Extrem interessant zu sehen, wo die Challenges sind. Vielleicht noch schnell zum Schluss für unser Publikum, was sind die aktuellen Ausstellungen, Sonderausstellungen, die man unbedingt sehen muss. Also Meret Oppenheim im Kunstmuseum Bern, Max Bill im Zentrum Paul Klee. Empfehle ich sehr. Unbedingt vorbeigehen. Merci, dass ihr zugeschaut habt. Bei uns geht es weiter mit ganz vielen verschiedenen Talks zum Thema Digitalisierung. Bei uns geht es weiter mit.